Ist das krank? Komm gegen deinen Bruder. Einer von den Götting gleich gewinnt. Alle haben zwei. Komm gegen deinen Bruder. Komm gegen deinen Bruder. Eli Geller, mach doch nicht so. Komm. Wirklich. Ich muss gewinnen. Oh Gott. Eli, ich bin in jedem Spiel besser als du. Ich krieg gleich einen Schlaganfall. Ich bin so angespannt. Einer muss verkacken. Ihr Kleinen. Ihr Wichser. Einer muss verkacken von euch Bastard. Los. Verkackt. Yes. Ich habe das Risiko. Hör auf, hör auf. Ich arbeite einen Monat vor viel bei Elevate. Risiko. Yes. Oh mein Gott. Besser. Besser. Nein. Nicht besser, du Schmuck. Nein. Nicht besser. Hast du geschrien? Nein. So, bitte. Gönne. Komm, Danny. Mach nicht so jetzt. Mach nicht so. Oh, bitte. Bitte gönn. Bitte gönn. Das ist ein Hundesund-Bastard-Spiel, Mann. Lennbicker ist der Christo. Eine Null. Das ist so krass, wenn jetzt keine Null kommt. Der Karl besteigt erneut. Von einem Hundesund-Programmiert. Alter, wirklich. Dieses Spiel. Dieses Spiel. 15 von jedem. Sofort auf die Hand. Was ich drauf lasse. Ein Drehspiel. Ich habe mega Bock gemacht. Ich gehe pennen, ja? Sofort. 15. Nice. Hat Spaß gemacht. Bruderherz. Bruderherz. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich gönne dir auch. Ja, ich brauche die auch. Ja, ich brauche die auch. Ja, ich brauche die auch. Die auch. Digga. Es war eine vernotete Sch... Ey, so wirklich ekelhafte Bastardsche... Junge, Danny, du hast diesen Eipokal bekommen, ohne nachzuzählen, ne? Ja, es war so lucky. Ich wusste es nicht, Willi. Ich wusste es nicht. Verrückt. Verursacht am meisten Schaden, Elias N. Hier we go, Eli Jella. Der 60er Minus, Mann. Das sind 8 Gramm, Digga. So, jetzt wird nur der gut aussehende Gering, Willi. Hi, Eli, wir beide. Wir beide. Was für ihr? Ihr beide? Bin ich... Spiel ich Golf? Mein Name steht doch auch da. Ja. Das waren die... Das waren die Minispiele, du? Ja. Oh. Nee, Digga. Was ist denn das für eine Scheiße, Mann? Warum verliere ich denn immer Subs nicht, Bastard? Oh. Okay, gute Nacht, ja. Du dumm, Digga. Eli, die Subs doch bitte. Ja, ja, ja. Ich mach aufschwingen. Okay, okay. Alles gut, alles gut. Du weißt die Zeit. Jungs. Jungs. Ein Lannister, ne? Wird halt immer seine Schuld. Gut. Ciao, ciao. Okay. Jungs. Es hat Spaß gemacht. Haut rein. Liebe. Ciao, ciao. Indy. Ja. Indy, es ist immer noch der Karl. Es ist immer noch der Karl. Du weißt es. Der die Welt besteigen wird irgendwann. Das war... Das war... Das war... Ja, Map ist Quatsch. Map ist Quatsch. Map ist Quatsch irgendwie. Map ist verquatscht. Okay, Jungs. Gruß, Gruß. Schöne Session. Haut rein. Ich bin so gebrochen, Chat. Ich bin so gebrochen, Chat. Ich bin so gebrochen. You need it. We can keep it. Ey, ich überleg mir Leeroy sein Interview anzugucken, ne? Eli beim Champions League. Eine Stunde zwanzig. Boah. Ich spiele PSG gegen Leipzig. Wir haben Mbappé, Neymar gesehen und Benni Henrichs supportet... Boah, eine Stunde zwanzig ist halt schon extrem viel, älter. Egal, ich schaue mir erst mal Deni da so, wenn der nicht. Ich geh kurz bisschen Chat, ey. Na THN Ich versuche noch der, der nicht zu tun hat. Ich versuche noch ganz viel Gerechtigkeit. Na da sehr. Das ist so. Und er hat sich hier so voll, dass er versucht hat. Ich versuche noch mal. Ich versuche noch mal. Ich hoffe noch mal. Ich würde es nicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh mein Gott, ich habe mich selber erschrocken. Oha. This is what a snoring Porcupine sounds like. Eine Stunde zwanzig. Aber ist auch wieder ein Brett, Digga. Eine Stunde zwanzig dieses Interview gucken. Warum funktionieren die Alerts überhaupt nicht? Sehen aus wie meine Eier. This guy was trying to use the bathroom, but the janitor was tired of waiting. This beatboxer used his voice to make it sound like he's walking into a club. This baby tried faux broth for the very first time. Nice to meet you. Nice to meet you. Trying to pass up kids on the mountain can be a challenge. I'm going around you on the right. Sorry? Hä? Wollen wir uns das Interview angucken, Chat? Mach mal ne Abstimmung, Mats. Goin' right to the left. Oliver, danke von den 14. Woah. Never mind. Woah. 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 That is the end of this video. Hopefully I made your day just a little better. And I'll see you guys again very soon. Later. Hm. 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 Also, mir ist es egal. Die Abstimmung ist 50-50. Mir ist es auch komplett Wayne. Aber das Ding ist, gibt es irgendwelche anderen Videos zu reacten? Weiß gar nicht. Sieht nicht so aus. Eine Million FPS des Slow-Motion. Guys. Slow-mo guys. Hm. Hm. TikTok-Bro. Okay. Mein Abschluss. Dann gucken wir ein paar TikToks. Ich hab mir ein paar Sachen abgespeichert. Mal gucken, was es so gibt. Digga, mein For You ist nur noch mit Ronaldo-Messi-Videos, ne? Wir schauen mal ein bisschen rein. Das Ding ist gottlos. Warte mal. Das Ding ist gottlos. Oh. 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 Eli, wenn er sich nicht ver- So. Ja. Oh. Warte mal. Was hab ich denn alles abgespeichert? Digga, was hab ich denn alles abgespeichert? Das hab ich denn alles abgespeichert. Das hab ich denn schon gesehen. Okay. Hier. Just a little bit. Like I did for You. Okay. 3. 2. 3. 1. 3. 3. 2. 3. Der Junge ist so kaputt, ne? Der Junge ist so kaputt. Ich schwöre, es gibt keinen kaputtere Menschen als ihn. Also, wir prücheln in die Regierung in Katara. Dann versucht ihr auf der aktuellen sunde Katara zurückkontieren, weil die Menschen im Baustadien es leben gekommen sind. Am Ende des Tages Chat Am Ende des Tages Egal was man macht Egal was man macht Es ist falsch Egal was du guckst Am Ende Es ist falsch Es sind Facts Ja Aber Ich verstehe dieses Ich verstehe dieses Du guckst Wenn man danach geht Dieses Okay du guckst das Das ist Verwerflich Wenn man danach geht Dann müsste man So viel Dürfte man eigentlich nicht gucken Keine Ahnung Ich sag euch ganz ehrlich Chat Ich sag euch ganz ehrlich Ich guck's einfach Weil's einmal in 4 Jahren ist Und weil's die fucking WM ist Real Talk Es ist schon einmal in 4 Jahren Und WM interessiert einfach jeden Und die letzte WM von den Goats Das ist auch so krass Excusi Ihr müsst euch überlegen Der Mann ist am Tag irgendwie 15-16 Stunden live Manchmal ist der 48 Stunden live Einfach so spontan Und der kriegt ne Frage gestellt Ob du Freunde hast Do you have friends That's a tough one Do you have friends It depends what friends are like Everyone's definition of a friend is different right I have internet friends right For me a friend is someone that you could tell them anything and they wouldn't leak it I've had friends who leak everything too And yeah it's hard to be friends with those people Yeah I have I think one or two of those Or maybe three But I have actual real life friends that can be like Today I want to go out and get a drink or something right But not that I do that But I don't really have that Right Krass Er hat keine real life Freunde einfach ne Bruder Sein Leben besteht einfach nur aus Twitch Ich meine er ist auch der Also Seit Also Wenn man jetzt nach Jahren geht Und so Die letzten Jahre Der erfolgreichste Streamer so Aber Das ist schon krass Do you have friends Ja er hat ja gesagt Er hat Freunde so im Internet Mit denen er alles anvertrauen kann Dies und das Aber keine Freunde mit denen er jetzt So ein Drink Äh Geht und so Ist auch so respektlos Am ich fucking stupid? What the fuck only one So eine Legende der Mann Ich hab sie gehasst Diese Skylar ne Ich hab sie gehasst Big enough that it could be listed On an Aztec goes belly up Disappears It ceases to exist Without me No You clearly Don't know who you're talking to So Digga Is Barello wirklich gerade live? Ich schwöre diese TikTok Streams sind wirklich was komplett Also wirklich komplett anderer Film Boah ich hab gestern hier Das hab ich gesehen Ich hab mich tot gelacht Mach die Kamera an Guck mal hör mal zu Liebes Twitch Team Das ist alles Geschauspieler natürlich Ist egal jetzt Ich mach gleich die Kamera an Jetzt Kamera spielt keine Rolle Achtet mal auf Barello Willkommen nach Berlin Und wir klären das Eins gegen eins Und ich hab keine Afghana beleidigt Alle Afghana sind meine Brüder Alle Afghana haben das Aber du du kleine Achushar Mutter Ich hab ihn jetzt rausgetan Der wird gesperrt Aber es gab noch so einen anderen Clip Wo er richtig durchgedreht ist Es gab noch so einen anderen Clip Wo er richtig durchgedreht ist Was macht er denn gerade? Ey Leute ich krieg Und dann nix Digga TikTok Live-Screen sind wirklich Komplett andere Ey warte mal Warte mal Es gab noch so einen anderen Clip Wo er richtig richtig durchgedreht ist Da hab ich mich tot gelacht Digga in was für einer Simulation leben wir? Es geht ja davon aus Dass Das Abu mit Arafat zusammen live ist Aber es geht um dieses Nein nein Dieses Beispiel ist Quark mit Soße Das haben drei Rechtschulen genannt Das Beispiel Asche Wo sind wir gelandet Chat? Ah warte War das hier? Es gab doch noch so einen Clip Oder wo er tot Das war ein guter Schwenker Er ist das Das war das War mal War mal Das war das War Brались So ein guter Sänger. Er kann wirklich alles. Ah, das TikTok wurde gesperrt, Video wurde gesperrt, scheiße. Was ist das? Was macht Monto auf TikTok bitte, Digga? Wir sind bereit. Wir sind bereit. Das Einzige, was für Männer noch schlimmer ist, als mit über 20 Jungfrauen zu sein, ist es, wenn man mit über 20 scheiße labert und so tut, als wenn man Ahnung von Beziehung hat, aber gar keine Ahnung von Beziehung hat. Er ist einfach, er ist einfach TikToker geworden. Wie groß muss er sein? 20 bis 23. 20 bis 23? Die Einzige 23, die die hatte, war, als sie 5x5 gerechnet hat, Digga. Auf was für TikToks werde ich markiert, bitte? Die ein bisschen rief. So das wird alles. Geh ich nach gerne. Da habe ich mich speziell. Was ist das Re-Re? Er hat mir gesagt, dass mir diese, ein Pokémon App erhe&gebracht hat. Ich habe so, ich bin und habe es und sie hat coolere Charakter wie Dinosaurs und Ducks und sie verdammt. Dann, uh, this guy shows up, and he starts calling the Pokémon by the wrong names. I don't know, just on purpose, to patronize me, making fun of me. I don't know what his deal was. Uh, he called Bulbasaur. That's Onion Turtle. Geodude. Punchy Rock. Meowth. That cat with them long-ass arms. Ekans. Purple s***. He called Diglett. That's Floor s*** right there. And Dugtrio. That's Three Floor s***. He knew Pikachu, but everybody knows Pikachu. Oh yeah, that's Pikachu right there. He called Weepin' Bell. Oh, that's Almost a Pear. Weedle. Hey, that's, 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 that's not really. Bro said, look at what I found. What you find, bro? I know you ain't find it in no game, bro. Yo, your game froze, dude. What's going on? It's gonna, it's gonna, he free, he free. We are not gonna, we're not gonna, we're not the f***ing. Mama, rickst du das auf? Nee, was denn? Echt auf? Nee, Sonatsu koch. Mama, rickst du das auf? Hey, hey, hätt ich das gemacht in dem Alter? Ich wär gestorben, dicker. Ich wär gestorben. Guten Tag, ich wär gestorben. Point, fuck. Wriz question mark. Are you ever gonna do a face reveal? You should do a hand cam. Three thirty second ads. Okay, there, not gonna lie, you sound cute. Bro, you're on Twitch. What do you mean, dicker? Wriz. You're in a chat room. This is not Riz. Wriz question mark. Andou na plancha. Cuidado, tubaru vai. Messi bis, emberpé, dance battle. Te pega, tubarão. Se amu, valcão. Andou na plancha. Cuidado, tubaru vai. Te pega, tubarão. Se amu, valcão. Hey, ich sei so gottlos, ne? Gültat. Wie viel Geld machen die? Dega, 1,4 Millionen Punkte. Wie viele sind das? 16k 16.000 Euro hat er kurz mal in 5 Minuten gemacht Also Chat, ich würde sagen, wir sehen uns heute Abend auf TikTok live, oder? In den Live-Matches Ich glaube, da sehe ich mich Ausruhzeichen TikTok an der Stelle Schaut vorbei, heute Abend stream Betteln mit Arafat Hier ist der Workout-Split, den ich benutze, um größer zu werden Am Montag trainieren wir Back und Chest Am Montag trainieren wir Schultern und Arme Am Montag trainieren wir Legs und Beine Am Montag machen wir Abs und Kardio Der Bro hat Brust nur zur Hälfte trainiert Am Montag machen wir Abs und Kardio Just to keep a little bit Bro skippt im Fahrt Hä? Ah, eine Narbe Oh, okay Ich hab's gesagt Achso Achso, okay Sorry Sorry Da Ich hab's gesagt Ich hab's gesagt Nicht so Danke Ich schwöre, ihr seid die schlimmsten Menschen In meiner Ma... Mates in Rocket League Ihr kommt alle sowas von in die Hölle Ich schwöre es euch Das ist respektlos und gottlos Schura-Schein im Lotto gewonnen Tokio Drift Die Kommentare sind noch schlimmer. Also, ich sage euch, ihr kommt in die Hölle. Was anderes kann ich nicht sagen. Weil was anderes fällt mir auch nicht mehr ein. Das ist respektlos. Es ist wirklich eine Respektlosigkeit. Digga, funktioniert mein scheiß Headset nicht? Mann, mein Hundesohn-Headset ist leer, Digga. Och, ne. Och, ne, och, ne, och, ne, Digga. Och, ne, Mann. Ey, ich habe keinen Bock auf die Scheiße. Ey, fuckt mich das ab, Alter. Kann ich das andere benutzen? Ey, Mann. Hier ist ein Headset. Geht das? Test. Hallo? Hört ihr mich, Chat? Test. Hallo? Da ist... Ja, es geht. Es geht. Also, das ist wirklich eine Respektlosigkeit, die ihr eingesendet habt. Real Talk. Das ist wirklich eine Respektlosigkeit. Ist es das? Inshallah. Inshallah. Wie willst du denn? Ich werde deine Frau weinen lassen, Yamaniak. Deine Frau wird weinen, Yamaniak. Deine Frau wird weinen, Yamaniak. Ey, komm, 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 komm. Du hast groß geredet. Hol es. Ich werde dir zeigen, Yamaniak. Hol es. Hol mein Leben. Hey. Hol mein Leben. Was geht hier ab? Was geht hier ab, yo? Jeder hat sein Leben nicht... Hamza, beruhig dich, Mann. Lass mal umar. Was geht hier ab? Was geht hier ab? Was geht hier ab? Inshallah. Was geht hier ab, Hamid? Erklär mir mal ganz kurz. Wie dieses... Das geht zu weit! Inshallah. Wie willst du denn? Ich werde deine Frau weinen lassen, Yamaniak. Deine Frau wird weinen, Yamaniak. Deine Frau wird weinen, Yamaniak. Hey, das geht zu weit! Digga. Das ist wirklich hart. Bruder, also diese... Manche Leute, die wirklich, ey. Wie kommen sie auf diese Plattform? Hä? Hä? Digga. Was hat der für Eier, Alter? Schoos. Inshallah. 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 Is that LeBron? LeBron. Hey, I didn't even get a chance. Damn! No, these things might be racist. I ain't gonna lie. You black, too, nigga. Come here. Hey, nigga. Hey, hey. Give me that ass, nigga. Give me that big old boy. What y'all running from? Bring that ass, nigga. Come here, nigga. Give me that ass. You can come in here. Like, you're allowed to come in here. Hey, we have barriers for reason and arrogates for reason. Oh, okay. Sorry. There's just nobody here. We just tried to... How are you harassing the animals? Are we willing to... Wait, how did I harass it? Jumping in and running after them? Am I not supposed to pet them? This is the petting part. You're not supposed to run after... Well, I gotta catch it to pet it. See, he just chased him. Why did he not just get in trouble? Because they're animals and they don't know any better. Well, I'm from the monkey exhibit. Is that a lie, bro? Hey, nigga. Hey, nigga. Hat er nicht gemacht. Great, now none of us can watch TV. That's my TV! Great, now none of us can watch TV. That's my TV! Hey. Hey. Oh. Why did you poke the frog? But it's just a frog. Oh, Bowie. Oh, my God. Oh, my God. Abo, was... Was ist los? Warum schreibst du so viele Frage-Seichen rein? Was ist los, Abo? Hä? Hey. My friend over there, uh... said you were really cute. Haha. 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 Hey, my friend over there, uh... said you were really cute. Haha. Haha. Heard leg lines. Cristiano Donaldo? Oh, it's, uh... well done. Eh? Oh, it's, uh... well done. Davon distanzieren wir uns ganz, 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 ganz fett. Ganz, ganz fett distanzieren wir uns davon. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh weiß ich jetzt nicht sagt ihr das ist es auch finde ich auch ein bisschen too much so geil wenn es wieder eine verfolgungsjagd geben würde jetzt ne ich würde mir so gerne im stream angucken das wäre so geil aber es selten damals war das so krank als diese verfolgungsjagd da war wann war denn die letzte dass kai darauf reagiert hat du willst erfolg haben und so eine krasse kiste fahre tschüss okay das ist ja nicht schlimm das ist ja nicht mal schlimm weil das ja normales wasser ist ich werde auch aufhören mit diesen live matches mich nie wieder in einem live match sehen ich sehe das nicht ein dass die leute geld machen von irgendwelchen kinder gearbeiten man was ist eigentlich mit nimo passiert digga ich habe das letzte erst auf dick doch gesehen was ist mit dem brä passiert junge 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 heilige mutter maria ich glaube er ist wieder rückfällig geworden den chat kann auch so andere videos aber auf jeden fall sieht er sehr 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 kompletter film wirklich kompletter film diese tik tok dieses tik tok game ist wirklich ein komplett anderer eigener film was da auch passiert also was sie für bestrafungen machen bei diesen live matches eigentlich müsste ich das auch machen irgendwann mal seht ihr mich da mit Sydney wenn es ziemlich läuft was soll ich euch sagen chat irgendwas muss ja gemacht werden was soll ich sagen was soll ich sagen hey dennis habe oh kevin alles klar wer haben wir da super mario ich habe ihn nicht gesehen luck ohne ihn hätten wir immer noch drei sterne auf dem tricot put some respect on his name tss aber man muss auch iguaín danke sagen und ich dachte sie wären für die türkei ich bin ja nie dabei aber warte mal wolltest du mich provozieren gerade beim nächsten mal gibt es eine gelbe aus mich verstanden darf ich auch gehen na klar hast du spaß nee lecker es geht immer so lange auch oh ho 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 went right over the glass look at that venom and those fangs pumping in two inch fangs a big gaboon wiper and look at that venom i tell you what i got the shakes look at that i'm shaking like a leaf because you are so close to death and the worst thing about this venom here it'll make your leg and your arm frot off but it's gonna stop your heart oh ho 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 oh digger wie der am schwitzen ist alter ich glaub der ist gar nicht nervös junge 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 Hilfe Hilfe Willst du mich verarschen? Was dachtest du dir jetzt digger? Was dachtest du dir jetzt? aber welcher wichser hat mich mit seinem dreckigen zweiter count hat er mich darunter markiert der wichser junge 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 oh hey i'm actually live right now eating delicious meal come to come to my life right now daddy eh 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 im die an die l die bl mich Musik Musik Der sieht doch noch, der sieht wirklich 1 zu 1 aus, alter 1 zu 1, einfach Eli In einem perfekten Matheft Musik